In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Nein, doch! Er war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später ging das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über zwei Promille am Steuer. Nein, doch! Auch sie hat verlor und ging in ihrem Führerschein, Entschuldigung. JÄGERMEISTER! Ja, einmal Vodka Gorbatschow. Natürlich das Beste, nicht so ein Billigfusel. Uuuuh, der Frau von Berni. Information zu IC 2029 nach Nürnberg. Heute circa 130 Minuten später. Grund dafür ist eine Türstörung. Angeblich sollen wir Drogen im Haus sein. Das ich ja gar nicht glauben kann, weil ich habe noch keine gesehen. Und ja, jetzt sagt der Vermieter, dass wir nicht gehen sollen. Äh. Uns ist es kein Problem. Hey, hey, Kollege! Siehst du mich nicht? Also... Ja, das habe ich doch schon gesagt. Ja, was hast du denn von morgen so geplant? Also ich muss dann auch wieder, ja, relativ viel raus und vielleicht... Super! Echt super! Vielleicht mal wieder ein paar Fotos schießen gehen. Was ist bei dir so geplant? Digger, ganz ehrlich, warum facetimen wir eigentlich? Ich habe zu viel Eingekoll getrunken. Ich habe zu viel Vodka getrunken. Ich habe zu viel vielleicht Wein getrunken. Oder Bier. Und Vodka mit Rettbörse getrunken. Das vielleicht. Ich habe zu viel Eingekoll. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Schönen guten Tag, Polizei. Einmal anhalten. Ausweis nicht mehr gesehen. Verstehen Sie mich? Ja. Ja? Kennen Sie das schon? Das Spielchen. Was machen wir jetzt hier? Ausweis, nicht die Hose. Hast du schon mal daran gedacht aufzuhören, weil du nichts verkaufst? Hast du schon mal daran gedacht aufzuhören, irgendwelche Fragen zu stellen und ins Zimmer von deiner Schwester zu gehen, wo drei Kräle beim Flaschendrehen als Flasche benutzen? Aber halt auch ein Haaröl, das ist keine, ich habe, ursprünglich habe ich gedacht, das ist einfach nur eine Farbe. Aber es ist tatsächlich kein Haaröl, es ist keine Farbe, wobei es natürlich auch Farbe ist, aber es ist in erster Linie Haargel. Ja, das wird mein Jahr, das wird mein Jahr, da stehen gewisse Planeten günstig. Happy New Year! Hallo, ich hätte gern was von der Vorwärtsfilet. Vor dem Fee, bitte, da brauche ich ein bisschen mehr, aber ich halte mich, also ich kriege einen Besuch. Ich würde gern die Nacht in Ihnen verbringen. Wenn ich in die Gesichter schaue. So, what?